Die neue C-Klasse ist seit einigen Wochen am Markt und sie wird aus allen Himmelsrichtungen hochgelobt. Wir schicken sie mit ihren härtesten Konkurrenten in einen knallharten Vergleichstest. Ihr stellen werden sich BMW 3er und... Na, kommt Ihnen das bekannt vor? Muss es ja auch hier extra mitgebracht, eine Ausgabe vom 30.04. Da hieß es noch, der wichtigste Test des Jahres. Darin konnte die C-Klasse beweisen, dass sie derzeit das beste Auto der Mittelklasse ist. Trotzdem hat sie nicht den ersten Platz gemacht. Den holte der BMW 3er einfach und allein aufgrund eines Preisvorteils. Und dann brach es hier wie der Wolkenbruch über uns hinein. Kritik, Häme, Unterstellung, alles begleitet von den lieb gemeinten Hinweisen, vermengt auch mit Kraftausdrücken. Aber wir sind ja einiges gewohnt bei Autobild. Aber diesen Test, den haben sie uns um die Ohren gefeuert, dass es nur so gescheppert hat. Aber wir hören ja hin, nehmen an und zeigen auch Demut. Und deswegen nur für Sie, die Leser, die Zuschauer, hier die Neuauflage zwischen dem Duell Stuttgart und München. Gut, ein drittes Fahrzeug steht ja auch noch, das war im alten Test ein A4. Jetzt ist es eben ein Volvo. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sein, es geht doch eigentlich um C-Klasse und 3er. Ja, also keine ganz exakte Neuauflage des vorhergegangenen Tests. Neben dem A4 S60-Tausch sind auch andere Motoren im Rennen. Alle fahren sie dieses Mal mit einem starken Diesel vor. Aber arbeiten wir schnell mal den durchaus guten Schweden ab. Adrett steht er da. Der Volvo S60, ganz so wie es sich für eine Mittelklasse-Limousine gehört. Das skandinavische Design setzt sich bis in den reduzierten, nüchternen Innenraum fort. Alles sitzt optisch angenehm am rechten Platz. Die Bedienbarkeit des Infotainment-Systems, wie ihr Äußeres, nüchtern und klar. Wenn man mal ehrlich ist, dann läuft der S60 hier in diesem, ja eigentlich kann man fast sagen, Zuschauer-Wunsch-Vergleich. So ein bisschen außer Konkurrenz und deswegen ist auch der Einzige, der hier mit Allrad vorfahren darf. Für alle Kommentare, die jetzt sicherlich folgen werden, auch wir bei Autobild können unsere Testwagen nicht immer exakt so zusammenstellen, wie wir es gerne hätten. Da gibt es mal den einen Ausstattungspunkt, den ein Fahrzeug hat, das andere wiederum nicht. Aber es ist letztendlich wie im wahren Leben. Man muss oft das nehmen, was man kriegt. Was kriegt man hier in dem S60? Einen herrlichen 2,4 Liter Fünfzylinder. Allein der ist schon ein Grund, sich ein bisschen in den Schweden zu verlieben. Der typisch unrunde Lauf, ein heiser, rauchiger Sound. Zumindest akustisch fährt er seinen deutschen Konkurrenten einfach davon. Die Fünfzylinder-Sinfonie lässt der erwähnte quer eingebaute 2,4 Liter Turbo erklingen. Neben dem Ohrenschmeicheln produziert er zudem 215 PS und hat ein maximales Drehmoment von 440 Newtonmetern. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 225 kmh, in 7,6 Sekunden geht es auf 100 und der Verbrauch liegt bei von uns gemessenen 6,6 Litern Diesel. Nicht ganz so gelungen wie der Fünfzylinder ist die Fahrwerksabstimmung. Trotz adaptiver Dämpfer für 1.250 Euro extra liegt der S60 unausgewogen unruhig auf der Straße. Federung zu steif, Dämpfung zu weich, das in Kombination mit der unbeteiligten gefühllosen Lenkung ist in diesem Vergleich nicht konkurrenzfähig. Der Schwede kostet in der Basis 40.150 Euro, unser Testwagen verpasst mit nur 110 Euro knapp die 51.000. Kommen wir jetzt zu dem, was alle sehen wollen. München gegen Stuttgart. Dem Titelverteidiger gebührt das Entree. Der jüngst gekrönte Autobildsieger des letzten Vergleichs steht stilsicher, zeitlos in sich ruhend auf seinen 18 Zöllern. Seine klassische Limousinenform bringt zudem den Vorteil, dass der 3er BMW im Gegensatz zu seinen Konkurrenten wesentlich mehr Raum bietet. Das gilt besonders für die Plätze in der zweiten Reihe. Im Innenraum alles aufgeräumt und in gewohnter BMW-Manier. Materialien und Verarbeitung dürften durchaus ein wenig wertiger sein. Dafür verdient kaum einer das Prädikat intuitiv mehr als die Bedienung des iDrive Multimedia-Systems. Der 325D Sportline fährt, wie der Name es verspricht, auch wenn es sich hier nur um die Ausstattungslinie handelt, BMW-Typisch, sportlich, agil und direkt. Genau wie man es von solch einem Bayern erwartet, bekommt man dynamischen Fahrspaß. Und der 2-Liter-Biturbo, der ist kernig, der ist rau, hat Kraft und Biss und vor allen Dingen weiß die unfassbar gute 8-Gang-Automatik mit dem Vierzylinder zu spielen, dass einem das Herz aufgeht. Der trotzdem ein wenig rustikal wirkende Vierzylinder leistet 218 PS und hat ein maximales Drehmoment von 450 Newtonmetern. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 245 kmh. In 6,6 Sekunden geht es auf 100 und der Verbrauch liegt bei von uns gemessenen 5,4 Litern Diesel. Mit dem 1.100 Euro teuren adaptiven Fahrwerk und der präzisen, fast giftigen Lenkung fährt sich der Münchner betont energisch. Aber seine Federung kommt bei weitem nicht an die des gleich folgenden Konkurrenten heran. Dafür ist aber auch nicht so teuer. Der 325 D kostet in der Basis 41.250 Euro, unser Testwagen liegt bei 44.100. Und jetzt zum derzeitigen Klassenprimus, für den es beim letzten Mal nicht ganz gereicht hat. Fast hat man das Gefühl, hier steht nicht eine C, sondern eine kleine S-Klasse. Zwar ist der Benz mit rund 4,69 Meter länger als der Münchner Konkurrent, trotzdem ist im Fond deutlich weniger Platz. Dafür überflügelt der Stuttgarter seinen Lieblingskonkurrenten in Materialauswahl und Verarbeitung. Innen ist die C-Klasse edel und erfüllt gehobene Standards. Die Bedienbarkeit des Multimedia-Systems ist mit dem schwebenden Touchpad spektakulär, könnte aber ein Tick intuitiver sein. Angetrieben wird unsere C-Klasse von einem Vierzylinder-Biturbo. Der Diesel leistet 204 PS und hat ein maximales Drehmoment von 500 Newtonmetern. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 247 kmh. Der Messwert des Sprints von 0 auf 100 bei 7,2 Sekunden und beim Verbrauch waren es 5,5 Liter Diesel. Noch gar nicht so lange her, 2011 betitelten wir, eigentlich beschimpften wir schon fast den 2,1 Liter Dieselmotor der C-Klasse als einen richtigen Bauernmotor mit dem Klang einer Körnermühle. Aber genauso wie wir Ihre Leserkritik immer ernst nehmen, so haben sich die Stuttgarter auch Unsiekritik zu Herzen genommen. Vorbei der bäuerliche Charme, die Schwaben haben ihrem Diesel richtig tolle Manieren beigebracht. Schwach auf der Brust war er auch nie, aber jetzt ist er auch noch extrem leise. Fast wie ein kleines Arbeitsbietchen summt er ganz ruhig vor sich hin und der Geräuschkomfort, der kommt vornehmlich über eine nahezu perfekte Dämmung. Hier in unserem Testwagen geht es sogar so weit, dass wir Doppelverglasung haben. Da hörst du gar nichts. Auch seine 7-Stufen-Automatik wirkt deutlich verbessert. Nur das leichte Ruckeln beim Runterschalten, das ist geblieben. Weiterhin ein Traum, die Luftfederung. Sie federt souverän und bleibt stets gelassen. Der Maßstab. Komfortabler kann man in dieser Klasse nicht reisen. Dazu lässt sich der Benz dank seiner exakten Lenkung leicht und präzise dirigieren. Nur aus einem wird man bei der C-Klasse einfach nicht schlau. Warum diese Zwangskombination in der Extraausstattung? Was hat die Luftfederung mit dem In- und Exterieur zu tun? So kostet das Paket 3.678 Euro. In der Basis liegt die C-Klasse bei 44.030 Euro. Unser Testwagen kostet 48.898 Euro. Genau diese Preisgestaltung hat ihm beim letzten Mal den Sieg gekostet. Dieses Mal erneut? Wie es wohl jeder erwartet hat, macht der Volvo hier in diesem Vergleichstest nur Platz 3. Er kommt zwar mit Vollausstattung, aber er ist auch mit über 50.000 Euro der teuerste. Und er konnte eigentlich seinen gut abgestimmten deutschen Konkurrenten nie wirklich das Wasser reichen. Aber es ging ja eigentlich auch nie wirklich um den Schweden, sondern um diese beiden Fahrzeuge. C-Klasse und BMW 3er. Im vorhergehenden Vergleichstest hat die C-Klasse ganz klar bewiesen, sie ist derzeit das beste Auto der Mittelklasse. Aber der BMW hat den letzten Vergleichstest gewonnen aufgrund eines Preisvorteils. Wie ist es aber jetzt? Die C-Klasse konnte den Preisunterschied wettmachen. Was ist der Unterschied? Die Motoren. Denn der ehemalige Bauernmotor der Schwaben, der ist jetzt ein feiner Diesel, der dem gehobenen, gediegenen Charme der C-Klasse gerecht wird. Und deswegen Platz 1 für die C-Klasse. Wem das als Begründung nicht reicht, wie wäre es denn damit? Die Zuschauer verlangen doch in den Kommentaren nach den ersten Platz für das derzeit beste Auto der Mittelklasse. Und wir bei Autobild geben den Zuschauern das, was sie haben wollen. Also erster Platz. Eins ist aber auch ganz klar. Egal, wer hier jetzt gewonnen hätte, BMW oder C-Klasse, das Trommelfeuer aus der Zuschauer- und Kommentarenkanone, das folgt immer. Und selbst wenn es ab und zu mal persönlich wird, wir hören immer ganz genau und vor allen Dingen aufmerksam hin. Die C-Klasse, sie strahlt wieder. Zurück zu alten Werten, zurück zu sich selbst. Der Verzicht auf vermeintliche oder tatsächliche Sportlichkeit funktioniert wunderbar. Hochkomfortabel, edel, sorgfältige Verarbeitung und höchste Sicherheitsstandards. Das macht die C-Klasse nicht nur zum derzeit besten Auto der Mittelklasse, sondern in Kombination mit einem guten 2 Liter Diesel auch zu unserem Testsieger.